Was ist das Wasserfall? Lebend und bewegend ist diese Kette. Dazu funkeln die auch noch ganz toll und ich finde, also dieses Pendel hier unten erinnert mich so ein bisschen an eine Kompassnadel, was man auch mit einem Wegweiser verbinden könnte. Also gefällt mir ganz toll, also diese Verbindung super. Dann habe ich hier noch eine ganz toll funkelnde Münze, da ist auch so eine Struktur drin. Finde ich auch ganz klasse, besonders im Licht funkelt es. Ganz besonders. Und ja, also total modern, trendy und auch nicht, also es fällt auf, aber es ist auch nicht zu dick auftragend. Also ich finde die super. Ich gebe die jetzt auch nicht mehr her. Ich behalte die jetzt einfach an. Hätte die anderen halt Pech gehabt. Und ja, jetzt geht's gut.